Ohr-Insel Schön, dass du da bist. Schön, dass du hier bist. Und schön, dass du dir die Zeit nimmst, um durch diese geführte Herzmeditation Heilung zu erfahren. Mache diese Meditation in der Position, die für dich in diesem Augenblick am angenehmsten ist. Vielleicht willst du sie heute im Sitzen machen oder beim nächsten Mal im Liegen. Vielleicht wirst du in den folgenden Minuten auch ganz müde und schläfst immer mal wieder ein. Auch das ist vollkommen okay. Wenn du möchtest, kann dich meine Stimme auch zur Nacht in einen erholsamen Schlaf begleiten. Du kennst bestimmt folgendes Zitat Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Schließe doch jetzt deine Augen, um für die nächsten Minuten nur noch mit deinem Herzen zu sehen, zu fühlen und um dich so auch liebevoll mit deiner Seele zu verbinden. Gönne dir ein paar tiefe Atemzüge und beschenke deine Seele mit der Vorstellung, dass du Ruhe, inneren Frieden und Entspannung einatmest und mit dem Vorgang des Ausatmens alles entlässt, was dein Körper und Geist jetzt nicht mehr brauchen. Ich schenke dir jetzt ein paar Augenblicke, um in Ruhe bei dir anzukommen. Genieße den bewussten Vorgang des tiefen Ein- und Ausatmens und wechsle danach wieder in einen ganz natürlichen Atemrhythmus, der sich ganz wie von selbst einstellt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Mehr und mehr breitet sich eine wohlige Wärme von der Region um deinen Bauchnabel, kreisförmig in sanften Wellen in deinem ganzen Körper aus. Es ist ein Gefühl, als ob die angenehm warme Sommersonne auf deinen Bauch scheint und sich ihre wärmenden und wohltuenden Strahlen im ganzen Körper verteilen. Mit der Wärme strömt auch Entspannung und Gelassenheit in jeden Bereich deines Körpers. Spürst du auch, wie es dir ganz warm ums Herz wird? Nimm dir auch ein paar Wohlfühlmomente Zeit, um nachzuspüren, wie sich die Wärme immer mehr ausbreitet. Denke an die kreisförmigen, ja vielleicht sogar farbigen Wellen. Lass es auch zu, zu fühlen, an welchen Stellen eventuell noch Anspannung oder vielleicht auch Enge vorhanden ist. Beobachte einfach nur, ohne etwas ändern zu wollen. Alles, was an Gefühlen, Gedanken und Empfindungen da ist, darf auch da sein. Ich bin gleich wieder bei dir. Allianz knacken,ил Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aus der Tiefe deiner Seele mit jeder Faser und Zelle deines Körpers spürst, wie sich ein Gefühl von Selbstsicherheit, Harmonie und Geborgenheit ausbreitet. Ein Gefühl, was du aus deiner inneren Welt auch mit in deinen Alltag mitnehmen kannst. Mach dir bewusst, dass dieses Gefühl bereits da ist. Es gehört zu dir, es ist ein Teil von dir und will einfach nur wiederentdeckt werden. Du brauchst es nicht zu suchen, es wird dich finden. Du kannst es ganz leicht und gelöst einfach frei atmen. Gib dich einfach mit jedem Atemzug ein Stückchen mehr in eine wohlig warme und immer tiefere und ganz gelöste Entspannung hin. Atme Selbstsicherheit, Harmonie und das Gefühl von Geborgenheit wieder zum Leben. Atme es wach und lebendig. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Versuche doch mal, ein liebevolles Glücksgefühl in dir entstehen zu lassen. Was könnte so ein Gefühl in dir auslösen? Du könntest an dein Lieblingslied denken oder du kannst dir auch vorstellen, wie vor dir auf einem wunderschön gedeckten Tisch dein Lieblingsessen steht. In deiner Fantasie könnte die Melodie eines wunderschönen Liedes deine Seele verzaubern, dein Herz erwärmen. Und der Gedanke an einen Teller mit einem leckeren Essen lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Leg doch eine Hand auf deinen Bauch und eine auf dein Herz und taure ganz wie von selbst in diese Vorstellung ein. Lass es zu, dass dieses Bild, dieses liebevolle Glücksgefühl immer größer und lebendiger wird. Es ist aber auch vollkommen okay, wenn jetzt keine Bilder oder Gefühle in dir aufkommen. Wie in jeder Meditation gibt es auch hier kein richtig oder falsch. Alles ist gut, so wie es jetzt ist. Und du bist auch gut, so wie du jetzt bist. Und du bist auch gut, so wie du jetzt bist. Und du bist auch gut, so wie du jetzt bist. Und du bist auch gut, so wie du jetzt bist. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Fühle mit deinem Herzen, fühle mit deinem Herzen, dass du ein liebevoller Mensch bist. Fühle und erkenne, dass du ein wertvoller Mensch bist. Richte deine Aufmerksamkeit ganz achtsam auf dich selbst. Schaue, 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 schaue voller Liebe und Zuneigung auf dich und entdecke, dass du eine unendliche Quelle der Liebe bist. Ich bin eine unendliche Quelle der Liebe. Lass den Gedanken zu, dass du mit jedem neuen Tag Liebe gibst und Liebe empfängst. Jeden Tag gebe und empfange ich immer mehr Liebe. Lass auch das Gefühl und den Gedanken zu, dass du Liebe, Glück und Harmonie ausstrahlst und deshalb auch nur Liebe, Glück und Harmonie in dein Leben ziehst. Ich strahle Liebe, Glück und Harmonie aus und deshalb ziehe ich auch nur Liebe, Glück und Harmonie in mein Leben. Kehre mit deiner neugierigen Beobachtung auch immer wieder zu deinem ganz natürlichen Atemfluss zurück. Lass ihn fließen, wie er kommt und geht und fühle dich ganz achtsam in die Botschaften, die aus der Mitte deines Herzens kommen. Ich bin eine unendliche Quelle der Liebe. Jeden Tag gebe und empfange ich immer mehr Liebe. Ich strahle Liebe, Glück und Harmonie aus und deshalb ziehe ich auch nur Liebe, Glück und Harmonie in mein Leben. Versuche, ganz bewusst, ganz natürlich und sanft in den Bauch zu atmen. Fühle dich in die Hand, die du auf deinen Bauch gelegt hast. Mit der anderen Hand fühlst du dich in dein Herz. Schau doch mal, ob das Herz eine besondere Farbe hat. Diese Farbe kannst du dir bei jedem Atemzug nach innen vorstellen. Atme diese Herzfarbe ein und schicke sie direkt in die Mitte deines Herzens. Du atmest Liebe ein und du atmest Liebe aus. Dein Atemfluss ist ganz ruhig, tief und gleichmäßig. Du wirst immer ruhiger, ganz still. Deine Herzfarbe verteilt sich immer mehr in deinem Körper, deine Seele nimmt diese Farbe an und es fällt dir ganz leicht, mit deiner inneren Stimme folgende Worte nachzusprechen und in der Mitte deines Herzens zu manifestieren. Ich lasse die Vergangenheit los und erlaube der Liebe, jeden Bereich meines Lebens zu heilen. Und erlaube der Liebe, jeden Bereich meines Lebens zu heilen. Ich lasse die Vergangenheit los und erlaube der Liebe. Erlaube der Liebe, jeden Bereich meines Lebens zu heilen. Ich lasse die Vergangenheit los und erlaube der Liebe, jeden Bereich meines Lebens zu heilen. Und erlaube der Liebe, jeden Bereich meines Lebens zu heilen. Ich lasse die Vergangenheit los und erlaube der Liebe, jeden Bereich meines Lebens zu heilen. Ich lasse die Vergangenheit los und erlaube der Liebe, jeden Bereich meines Lebens zu heilen. Ich lasse die Vergangenheit los und erlaube der Liebe, jeden Bereich meines Lebens zu heilen. Ich lasse die Vergangenheit los und erlaube der Liebe, jeden Bereich meines Lebens zu heilen. Ich lasse die Vergangenheit los und erlaube der Liebe, jeden Bereich meines Lebens zu heilen. Ich lasse die Vergangenheit los und erlaube der Liebe, jeden Bereich meines Lebens zu heilen. Ich lasse die Vergangenheit los und erlaube der Liebe, jeden Bereich meines Lebens zu heilen. Ich lasse die Vergangenheit los und erlaube der Liebe. Bedanke dich nun bei deinem Körper, bei deiner Seele und ganz besonders bei dir selbst für die gemeinsame Zeit. Ja, schenke dir ein liebevolles Dankeschön, dass du dir für dich Zeit genommen hast. Führe nun beide Hände vor deinem Herzen zusammen, lege die Handflächen aufeinander und verbeuge dich vor dir selbst. Und nun kannst du entscheiden, ob du dich ganz langsam mit ein paar kräftigen Atemzeichen zurück ins Hier und Jetzt, ins Wachbewusstsein atmest oder ganz ruhig, ganz tief entspannt in einen erholsamen Schlaf senkst. Auf jeden Fall wird dich das wohlige und warme Gefühl unendlicher Liebe, Harmonie, Geborgenheit und Selbstvertrauen nach dem Aufwachen, dann, wenn du deine Augen öffnest, noch eine Weile begleiten. Bis zum nächsten Mal und schön, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.